Was ist das? Alles gut? Das ist eine schwere Frage eigentlich. Ja, ich... Mein lieber Jan. Ich muss ja mein Image pflegen. Okay. Ich bin der Marc Cox, ich komme aus Krefeld, über den Veranstalter über den Christoph, den kenne ich schon seit ein paar Jahren, aus Koblenz. Das habe ich in manchen Läden aufgelegt und da haben wir uns kennengelernt. Dieses Jahr bin ich zum zweiten Mal hier. Ich finde es geil, wenn die Leute feiern und tanzen meiner Musik. Ich finde die Party gut, auswahlfähig, aber man muss halt immer gutes Wetter haben. Heute war es zu warm, aber die Stimmung war super. Und? Was meinst du? Nochmal, oder? Bitte. bug.